ARD Text im Auftrag von Funk 3 3 3 4 3 4 3 4 5 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 6 5 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 6 5 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 6 5 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 6 6 6 5 6 5 8 9 9 10 5 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 6 6 6 6 7 7 8 9 5 5 6 6 6 6 6 6 7 7 7 8 8 9 8 9 9 9 9 10 10 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 13 13 14 14 15 15 15 15 15 15 19 15 16 17 Wir haben ziemlich viele Seelen in der Macht Oh ja, Erik, du warst auch mit aufnehmen in Minecraft, ne? Okay Monscheinsaat, bloß nicht... HOLY FUCK, WAS BIST DU? Hässling Jackspinne So, Brauzeug Haben wir das, dann das Boah, ich muss mal bei Gelegenheit meinen PC neu aussetzen Ja, ist ja langsam Ähm, ich habe ja auch schon den Cleaner ab und zu drüber laufen lassen Aber, ähm, ich weiß nicht wieso, wenn ich irgendwie Videos gucken will, dann laggen die ungemein Ja, das habe ich auch manchmal gehabt Also, das puffert einfach nicht Obwohl, und wenn ich dann einen Speedtest mache, ist mein Download trotzdem auch, äh, 58M-Bild Ja, das kann aber auch manchmal sein, dass das, äh, bei YouTube ist Aber wenn das halt immer ist, okay, dann könnte das wirklich ein Problem sein Ja, es ist nicht immer, wenn das, wenn das Video jetzt ein, zwei Tage alt ist, dann geht's Okay, komisch Aber, äh, wenn das so, wenn das gerade so, weiß ich nicht, wenn das an dem selben Teil released wurde, dann muss das rum Okay, krass Äh, und außerdem, dass, okay, ich sollte einfach vielleicht mal den LOL Launcher, äh, neu installieren Ich weiß nicht, bei mir ist das, äh, mittel, bei mir ist das irgendwie so, mit Terraria Ich brauch, der braucht echt ewig, um Terraria zu starten, ne? Kein Scheiß Also, wenn ich LOL starten will Ja, ich weiß, das bleibt ja bei dir hängen Den Client, äh, ähm, alles cool Wenn ich dann mein Passwort eingegeben hab, und dann, ne, ich, quasi, wenn ich mich angemeldet hab Dann hab ich auf einmal den Todes-Lag Okay Jaja, also, das hast du mir ja schon erzählt Das ist komisch, ich versteh das auch nicht Ich, ich, ich muss den einfach mal deinstallieren, bei Zeit Weiß nicht, denk mal, werd ich, äh, ne Schule haben, werd ich den morgens einfach, äh, werd ich den abends einfach deinstallieren Und dann über Nacht einfach, äh, noch da anlagen lassen Weil ich mein Ja, ich hörte Die, die, die installieren, die dauern ja bei mir auch schon ziemlich lange Ich sag dir mal kurz was, ne? Mit den, ähm, ich glaub Hermes Stiefel wieder zu haben, ist gar nicht so dumm, wie wir denken, ne? Weißt du, warum? Denn, äh, durch Also, wir haben ja grad die Spectral-Boots, ne? Spectral-Boots, oder? Waren das die? Also, die Geister-Stiefel jedenfalls auf Deutsch Und die sind jetzt unnötig geworden Bis auf das schneller Rennen, natürlich Weil, die lassen uns ja, die sind ja, ähm Wenn ich das, also, die haben ja uns, äh, die haben ja mit den Rocket-Boots vereint, ne? Und die sind ja jetzt unnötig geworden, weil wir jetzt die Ding, oh leute Was verkaufst du uns? Oh, könnte ich, ich könnte das jetzt kaufen, das Jojo Und das Jojo Glow, ne, das könnte ich nicht kaufen Jojo Glow könnte ich kaufen Wo darfst du denn noch die anderen? Ich weiß nicht, wenn du ein Jojo haben willst mit dem Jojo Glow und, ähm Hab's gekauft Okay, soll ich das Jojo kaufen? Nee, oder? Nee, wir können bestimmt ein besseres machen Ja, boah, willst du nicht das Blue Counterweight haben? Ähm, warte, warte mal Ich geh mal kurz zurück Okay Okay Ähm Also, wie gesagt, äh, ist unnötig Wir könnten jetzt wieder Hermes Stiefel nehmen, damit hätten wir, ähm Nee, stimmt gar nicht, damit hätten wir auch keinen Slot frei, ne? Das ist blöd, ach egal Ich vergiss es Jojo 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 Handschu, ne? Jojo Handschu, ne? Nee Warte mal Ähm Ähm Ging Außerdem lässt sich mit einem beliebigen Counterweight die Jojo Tasche herstellen Ich hab glaub ich alle Aber wo hast du dich her? Jojo Warte mal Warte, 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 warte MEME Warte doch man Warum sind wir solche Spastis Hab die Jojo Tasche Ich hab die Jojo Tasche Hast du die? Ja Also brauchst du keinen Counterweight jö Ne, brauche ich nur noch ein Jojo Ich gucke gerade ob ich noch einen Sub einfach mal zum testen Hätte ich einfach kein Jojo mehr Was wir auch noch brauchen sind Life-Fruits Und ich habe hier einen entdeckt dabei Ja da ist eines Aber wo ist die? Hey! Wo ist die Jojo-Trasche? Was mache ich jetzt mit der? Ich glaube die musst du ausrüsten Hier ist die User-Master Jojo-Stil Ja ja, ich glaube da musst du die ausrüsten jetzt einfach Ich habe die Ausrüstung Ich werde dann einfach draufschlagen auf den Gegner Dann wirst du sehen was passiert Ab in die Hongo LOL Was ist? Alles Alles nice Das ist richtig nice Alter mein Crystal Shot mach dir gerade alles platt Das ist ja übel Ich bin für das Chlorophyll Sammeln Ich bin für das Chlorophyll Sammeln Ich bin für das Chlorophyll Sammeln Hallo Farme Hallo Farme Ähm, ich habe 23 Stück aber leider dabei Egal Wieso? Kannst du ein geiles Jojo damit machen? Was? Warte mal nachgucken Warte mal nachgucken Warte mal Warte mal Warte mal Jojo 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 Schöまず ist ja schön das man da ich habe Ich habe Das ist eher gesagt dieses Wiki Heilige 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 Hä? Ich muss ja tief an den Dschungel gehen, ey. Ich finde schon nie was. Was für Apfelfuckte Scheiße. Vielleicht kann man sich auch mit Chlorophyllbarren irgendwas machen. Wer weiß das schon.